Ja hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Minecraft Survival. Ja, wie in der letzten Folge angekündigt, diesmal mit Scherzo, Big Mac, The Beat und Gundy 2.7. Ja, jetzt ist die Frage, ob TheBigMacLP jetzt noch einen nicht gecrabbten Minecraft-Account findet in seinem Ordner Chaos auf seinem Testtop. Und wenn er einen gefunden hat, den er benutzen kann, dann joint der nach, wenn nicht, dann nicht, dann hat er jetzt Pech. Du hast mich vergessen zu erwähnen. Ja, machst ja, dass du dabei bist, ist klar. So, nach der Spannungsspitze vom letzten Mal, was hast du hier getan? Ich hab gebuddelt. Du kannst doch nicht senkrecht nach oben buddeln. Ich war aber ärztlich. Ja, welche Version von Big Mac? Äh, 1, 8, 2. Und welcher Starve IP? Ja, warte, die gebe ich euch auch gleich. Warte, Verbindung drin. Ich kann nur noch kennen. Die hätte ich euch direkt geben können, ohne dass ich disconnecte, aber ist okay. Ja, okay. Ist okay. Okay. Ich mach das gerne, ist es okay. Mach mal auf 1,7,10. Ja. Nee, ist 8,1, immer noch. Magic. Nee, doch. Da hast du die falsche Version. Hm? Gib mein Server nicht die Schuld für Sachen, die er nicht fabriziert hat. Scheiße. Ist echt so. Ich komm da nicht drauf. Ich kann es gleich sagen. Ah, Skeleten. Wir sind doch mit der 1,8,1 drauf. Warte mal, dies ist ein Test-Server von Key-Kästchen. Das ist falsch. Da bist du auch eine falsche Server-IP, du hast. Äh, nee, das ist die, ich hab die nicht geändert. Ja, und ich müsste die IP nur noch kennen. Äh, wir haben eine neue IP-Shirtze. Ach gut, wüsste ich nämlich auch gern. Äh, die nächsten, die. Und die ich grad geschrieben hab. Ach, die, die, die lange Zahl da unten. Die, äh... Wie lange zahlen wir dem Doppelpunkt dann, so in der Mitte? Ganz genau. Ja, aber ich weiß ja nicht, ich hab ver... Ja, ich... Du hast vergasen, ne? Ich dachte so... Ich hätte fast ein Herz empfangen. Äh, machst du selber, wo brauchst du nochmal Hilfe? Äh, bei mir an den Trichtern, da, wo die Hühnereier runterfallen sollten. Irgendeiner hat meine ganzen Hühner geschlachtet, das hab ich jetzt schon geregelt mit den Eiern, die noch unten drin lagen. Aber, was oben war, sieht nicht mehr so dufte aus. Ja, ich bin auf dem Server. Oh, da, da ist jemand, da ist jemand. Hallo, hallo, wer bist du? Hallo. Das bin ich. Hallo. Hallo. Seid ihr im Noob spawnen? Ich hasse Menschen. Alter, was sagt man da im Noob spawnen? Äh, achso. Bleib stehen. Wollt ihr zu mir kommen, wollt ihr zu mir kommen, bitte? Marcel, kommst du, Marcel, wo bist denn du? Am Farben. Komm mal her, komm mal her. Komm mal her. Auf dem Weg, auf dem Weg, auf dem Weg. Du hilfst mir, jetzt gibt's die Rückendeckung vor Skeletten. Komm her, komm her, komm her, komm her, keiner her. Okay, Frieden, Frieden, Frieden. Warte mal, wir gehen jetzt da hoch, wie sind wir da gerade hochgekommen, mach doch mal. Ich bin Feuer 2008. Ich hab aber kein Schwert und Wunder. Ich hab euch ein Minecraft-Server, Moment, ich hab auch, ich hab das schon vorgelesen, wiederhole es nicht, das muss ich rausschneiden. Okay. Er sagt, nicht wiederholen. Nicht wiederholen. Ach, er schlägt nicht, er ist gewalttätig. Könnt ihr nicht einfach das Schild zerstören, geht das nicht einfach. Wo seid ihr? Also seid ihr am Loopsporn, ja, ne? Ja. Dann kommt mal, warte mal, ich will gucken, ob... Bist du doof? Ich will mal zu euch kommen und ich abwohnen, wo seid ihr, ihr müsstet irgendwo dahinten sein. Boah, wenn die Pissköppe mir jetzt nicht irgendwann mal antworten, der scheiß Support, ja? Ich wollte das Support von Minecraft, das ist um die Uhrzeit nicht erreichbar, du Esel. Boah, ey, nein, ich hab schon vor zwei Wochen, hab ich einen Support gestellt und immer noch keine Antwort von diesen Pissköppen, ja? Äh, ist doch echt... Ne, falsch, Marcel, meine, 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 gib die wieder her. Hast du kein Essen? Jetzt muss ich mir echt neue generieren lassen, ey, das ist doch... Wiedersehen macht Freude. Oh, da vertraust du mir aber ganz schön viel an. Was soll ich damit machen? Monster töten. Was macht man sonst mit einem Schwert in Minecraft? Eigentlich dachte ich, man passt auf, dass es in die Lava fällt. Als du das in die Lava schubst, ich dich hinterher. Nein, Skelett, böse, böse Skelett. Ja, für zwei, geht's verständlich. Ja, das wird schon wieder gekillt, ey. Das Skelett ist böse, das will mich töten. Alter, musstest du diesen Server auf Hard stellen, Alter? Der ist auf Normal. Ne, der ist auf Hard. Der Server steht auf Difficult. Wenn der, Alter, das ist doch nicht normal, Alter. Ähm, Lukas, hier sind ganz viele Eisenerzvorkommen, ne? Ne, dann form sie weg. Ich brauch dich nur als Rückendeckung, falls mich ein Skelett fressen möchte. Zum Beispiel das hier, guck mal, hier, da ist ne Fledermaus, die muss ich auch töten. Nein, verspende für so ne Scheiße, wenn ich nicht meine Schwerte. Oh, ne, oder, scho, kein Mini-Zombie jetzt, ey. Oh, hallo, Mitch. Ey, ich glaube, ich habe euch gefunden, ich bin einfach mal durch die Welt gelaufen. Wirklich? Hier ist übelst wie Lava, also. Ja, 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 okay. Okay, du bist bei mir in der Nähe, warte mal, dann kann ich dir nämlich Essen geben. Ja, ich habe nämlich nur ein anderthalb Herz. Ey, Lukas, du, sag mal, wie ist denn das, wenn du das eventuell weißt? Wenn ich jetzt hier aufnehme und ich jetzt ein Fenstermodus habe, dann nehmt ihr trotzdem das Fenster auf, oder? Dann nehmt ihr gleich mein ganzes Bildschirm auf. Dann nehmt auch das oben auf, was du da Dings hast. Wo Minecraft 1.8 steht, das nehmt er auch mit auf. Ich seh dich, ich seh dich, komm mal hierher. Ey, ne, was nimmst du denn auf mit Fraps? Ja. Guck mal, warte mal. Ich bin hier oben, ich weiß nicht, ob du mich siehst. Ja, seh dich. Dann kann ich es dir nicht sagen, weil ich nehme mir mit Camtasia auf. Ja, mit Camtasia, ich verstehe immer noch nicht, wie man damit aufnehmen kann. Nicht dein Ernst. Eine bessere Qualität als wie mit Fraps und es funktioniert und es ist einfach super. Ich weiß nicht, wo dieser Spawn ist. Natürlich hast du das gekauft. Ja, warte, ich komme. Ja, natürlich habe ich es gekauft. Ja, natürlich, ne. Natürlich. Nein, mein Cousin hat es mir gekauft, wir verwenden den selben CD-Key. Irgendjemand muss mir gleich noch sagen, wie ich die Testdemo davon permanent auf dem Rechner haben kann. Einfach irgendwelche Zeilen einhämmern und die und in deiner Firewall von Camtasia blockieren, dass das kein Internetzugriff hat. Ja, das ist so einfach ist das. Und zweitens in der Registry bearbeiten. Was willst du in der Registry bearbeiten? Die Testtage auf Null setzen. Nein. Bist du doof? Nein, du musst einfach nur in irgendwelche Zeilen einhämmern und die Internetverbindung trennen. Ja, aber er hat ja die Testtage schon aufgebraucht. Ja, und? Naja, deswegen. Die Testtage müssen ja auch viel braucht sein. Nein. Doch. Sonst geht's nicht. Die Testtage, du kaufst es ja erst nach den Testtagen, nicht während der Testtage. Nein, Big Mac kauft das direkt. Er braucht nicht testen. Genauso wie Winra. Winra musst du auch erst kaufen, wenn die Testversion abgelaufen ist. Es gibt drei Dinge, die sind unendlich. Nö, es gibt drei Dinge, die sind unendlich. Nö, es gibt drei Dinge, die sind unendlich. Hallo. Es gibt drei Dinge, die sind unendlich. Die menschliche Dummheit, das Universum und die Winra Testversion. Ich bin eins. Doch, die Winra Testversion ist unendlich. Ich weiß. Was machst du? Eigentlich will ich hier die Wand hochbauen. Hier oben irgendwo Eisen jetzt mal. Das hab ich abgefarmt. Das hast du gar nicht abgefarmt. Warte. Ich banne dich. Oh, mein Herze. Mein Herze. Ich hab mich auf Höhe 39 runtergekramen und jetzt erst Kohle gefunden. Ja, wie gesagt. Das hat was auf Diffy-Kult eingestellt. Marcel. Aufgabe. Komm her. Ja, ja. Da oben. Lava. Du mach'n doch zu. Überhalten, solange das Schwert. Dankeschön. Solange das Diamant. Danke dir. Ach, dankeschön. Jetzt hab' ich F-Diamanten. Boah, hier hängt das grad kriegelt. Ich weiß gar nicht warum. Oh. Alter, bin ich bescheuert? Darauf kann ich Nein antworten. Ein einfaches Jahr hat jetzt gereicht. Dazu sag' ich jetzt mal nichts. Gut, du bist ausgerüstert. So, Lukas. Marcel, Aufgabe für dich. Du gehst zurück an unsere... ...Lagerchen und holst ein bisschen Holz. Oder gräbst dich jetzt ein Krächt nach oben am Felsenbaum. Lukas, hier sind kaum die ersten Zombies. Bist du sicher, dass ich weggehen soll? Ja. Okay. Ähm. Jackie. Ja. Ich wollte grad zur Masterseite gehen, bis du mitkommst. Ja. Gut. Am Ende unseren Tunnel nimmst. Welchen Tunnel nimmst du? Deinen oder meinen? Ich nehm' jetzt grad meinen, weil da einer irgendwo runter geht und da sind die ganze Zeit so sauviele Zombies. Achso. Ja, dann nimm deinen. Ich hab' keine Pickaxe. Ach, ich bin so schlau. Oh, nee. So. Und ich sollte mir schleunigst was zu essen beschaffen, denn ich hab' nur noch vier Herzen. Wer jetzt? Du. Okay. Nee. Achso. Ich dachte schon. Marcel, wo willst du hin? Ausgang. Hier ist der Ausgang. Ja. Oh, da ist ne Crafting Box. Brandet jetzt Zivilisation. Ich glaub' hier irgendwo muss jemand sein. Wo? Da? In der Nähe. Genau. Welche Richtung geht jetzt zurück, Lukas? Nicht, dass ich die Falsche rinne. Weiß ich nicht. Achso, deswegen kann ich nicht mehr rennen. Hab' kein Essen mehr. Wenn du auf ne Abwägung stellst, bist du falsch gelaufen. Ähm, machst du's einfach? Habt ihr die Schiene eigentlich weitergebaut oder warum sind die so? Das brauchst du letztens. Echt jetzt? So dann? Krass. Du hast die Fassbiz durchgebaut. Okay. Was hierhin? Ich muss dreimal unterwegs stoppen, um zu essen, weil das Essen nicht reicht für den Scheißgang. Ne, du sollst auch nicht ständig springen. Ähm. Jetzt hab' ich einen Account gefunden. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Ja, funktioniert auch. Trommelwirbelmarsel einblenden jetzt, nicht vergessen. Ja, genau. Achso, achso, ja. Mach' mal krass. Fahr akustik. Lukas, ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Der kommt mir viel zu lang vor. Armes Marsel. Ne, ich bin doch richtig. Oh, Glück gehabt. Was für ein Holzluckas. Wie heißt'n du jetzt? Indro 1701. Ja, das bin ich. So, da bin ich auch schon. Ah, ah. Jedes mal einen anderen Namen. Dann fällt's dir auch auf. Äh, Lukas, welches Holz willst du denn haben? Ey, du bist am Son gespawnt. Warte, komm mal. Egal, ich will nur Facken machen. Holz, äh, Stein. Scherzer, 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 Scherzer. Stopp, stopp. Stehenbleiben. Wieso sind hier keine scheiß fucking Tiere? Stopp, 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 stopp. Da bleiben, wo du bist. Über mir, der ist über mir. Bitte, über uns. Lukas, ist das denn ernst? Wir haben kein Holz. Doch, wir haben Holz. Ich merke jetzt darum, was zu essen. Äh, äh, hi. Nee. Du spart, du brauchst Kies, ja. Hi, so. Äh, wenn er in die Richtung geht, dann kommt er in meinem direkten Tunnel. Du. Alter ist eingestellt wieder. Warte mal, so, 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 so. Oh, hier ist ne Mine. Scheiße, jetzt hab ich mein Ein... Oh, da geht's nach unten. Wer ist nicht unter mir hier, du? Ich. Geht nach unten. Ja, Marcel, warst du grad ein Eisenschwert dabei, dass du mir ausleihen könntest? Mh, ich hab nur ein Diaschwert und das geb ich eigentlich ungern aus der Hand. Bitteschön. Ein Diaschwert. Warum? Du bist da reingekommen. Hier, nimm. Gib's. Ja, ich, ich bin da durch die Tür gegangen. Eisen, Eisenpick X. So. Warte, die hier. Ja, hast du, du kannst mir die ausleihen. Die schenk ich dir. Oh, danke schön. Warst du? Äh, Big Mac? Wir machen halt so, mal mit der... Äh, ja, wir sprechen noch später. Ist ja. Wir sollen das meine YouTube-Abonnenten nicht wissen, oder wie? Ja. Oh Gott, Lukas, jetzt, 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 jetzt hast du verkackt. Du hast geheimnis vor deinen Abonnenten. Sehr schlimm. Wo wir nicht hin können. Ach, hier. Loy. Warte. Jetzt bin... Äh, ja, kann man so machen. Guck mal, da kommt ein Maus, da kommt ein Maus. Äh, Marcel. Wann krieg ich... Ab wann kriegt man Hungerschaden? Äh, nach... Wenn du ne Weile nix hattest. Okay, ich habe grad gar nix. Marcel, guck mal. Guck mal hoch. Das ist so kompliziert. Guck mal, ich bin hier schon unten. Ah. Hi, Marcel. Ich hab hier Holz für dich. Wie, du hast Holz für mich. Ach, gib her. Er hat... Ob die... Ja, was ist... Du solltest die eigentlich... Na gut. Mach's nicht. Oder wo bist... Wo seid ihr? Ich hab die nicht verarbeitet. Ich hab nur alles Holz mitgebracht. Ich wollte... Nee, ich wollte grad sagen, ich brauch nur noch ein Crafting Table, aber... Mein Eingang... Kannst du auch in deinem... E-E-Crafting Table machen. Ich hab mich grad umgebracht. Warte mal. Du... Warte mal, wie heißt du hier jetzt gerade? Ich. Nee, Big Mike. Oh, ja. Steel... Schatten... Irgendwas... Namens... Steel... Eins. Achso, ähm... Er heißt Steel. Weißt du, wo mein Haus ist? Äh, nein. Oh, scheiße. Big Mike, wo bist du? Äh, in der Nähe von Sporn. Daniel. Ja. Also es gibt zwei Türme, es gibt zwei Türme. In der Nähe ist Lara. Wo bist du? Und dann gibt's einen kleinen Teich. Und da musst du hin. Dann bist du nicht in die Mochballe. Hier. Guck da. Ach, tut mir leid. Daniel und ich hab uns schon mal gefunden. Ja, ich hab... Marcel. Ja. So, was machen wir denn? Hab ich denn irgendwie überhaupt ein Skinder? Nein, danke schön. Nee, du holst dir jetzt... Hier, komm wir. Moment, ich... Warte, ich... Soll wir uns zusammen Haus bauen? Ja, momentan ich... Da komm mal hier grad ausrüstet. Ja, okay. Ich, äh... Geh schon mal den Hausberg suchen. Marcel, wir zwei Hübschen graben uns nach oben. Ja, machen wir. Wir bauen jetzt hier eine Treppe nach oben. Einfach so in die Richtung. Und dann bitte? Äh, zweigspurig, ja? So wie ich das mache, so. Bitte. Richtig, oder? Ja, ja. Gut. Und Rohstoffe gleich mitnehmen. Rohstoffe mitnehmen. Haben wir keine hier. Ja. Du baust die Kohle zu. Ja, musste ich. Die kannst du im Anschnitts immer noch zubauen. Oh, du hast schon einen Stein gemacht, direkt. Jipp. Alles klar. Ja, wir müssen gleich mal was Essen suchen. Weil... Bei mir sieht's ziemlich schlecht aus. Ja, bei mir auch. Na, wer braucht jetzt was zu essen? Ich hab nämlich was mit. Äh, ich brauch Essen. Und ich brauch auch Essen. Wer braucht alles Essen? Ja, wir beide. Wie gesagt. Ja, wo bist du hin? Ja, ich steh doch hier. Ich fahr mir noch Sand. Damit wir jetzt gleich direkt, äh... das Häuschen direkt schön bauen können. Oh nein, hier ist jetzt auch noch so ein Scheißkies vorkommen. Luca, hast du auf, das Theorita für zu benutzen? Ich kann schon nicht mehr, äh... Warte, ich komm ruhig um das Kies, ich komm ruhig um das Kies. Jack! Warte. Äh... Warum gehen du dich umbringst? Alter, ich hab auch nur noch halbes Hunger. Nee, dann... Ich würd sagen... Jetzt ein paar Fischer und dann... Ja, ich hab eben schon die ganze Zeit gesucht. Ja, dann... Dann suchen wir hier noch weiter. Ey, okay. Hüpfen wir hier nicht so rumscherzen. Das ist lappig laut, Juli. Gra... Was macht ihr da? Ich kann Hasen essen. Ja. Weißt jetzt. Hasen. Hasen. Nein. Cool. Hat er was getroppt? Ja. Ah, ah, ah. Wie verreckt ihr. Na doch das. Geh zu mir nach Hause, geh zu mir nach Hause. Such mein Haus. Fleisch. Weil das ist ganz fleißig. Oh, Lukas, was ist denn das für eine Scheißidee gewesen? Weiß ich nicht. Ja. Du hast mein Fleisch genommen. Ja, ja. Ey, warte, 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 warte. Warte, ich baue einen Ofen. Dann können wir sehen, ich hab auch größer. Oh nein, stopp hier. Komm mit, ich stehe. Hier ist ganz, 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 ganz viel Fleisch. Geh du links lang. Na ja, Lukas, so schlecht war die Idee gar nicht. Wieso jetzt mit einmal doch nicht? Ja, guck doch hin, ich hab von der Treppe gezaubert. Ich brenne, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Wasser, Wasser, Wasser. Da hinten kommt ein Zombie, ne, der brennt auch. Warum brennt der? Weil der die Lava getatscht ist. Warte, nein, Hase. Also ich hab jetzt, äh, jetzt sechs Fleisch, oder so. Warte. Lukas, das ist eine lebensgefällige Treppe, die ich hier gezaubert hab, ohne Scheiß, wenn du abends mir ist. Ähm, ich würd's sagen, Gandhi, wir treffen uns. Weil mal die, Alter, komm wieder zurück, Junge, ich hab hier extra Offending gebaut, ich sag noch, warte. Das juckt den doch nicht. Äh, juckt mich nicht. Äh, komm zurück. Suchen Häuschen, äh, im Platz für ein Häuschen, weil sonst sterben wir gleich eh. Ja, aber ohne Hunger sterben wir vorher. Aber Hauptsache, er hat erst, ohne Hunger, du meinst ohne Essen, ohne Hunger stirbst du nicht. Ja, das war nicht so. Ich bin mit dem, ich guck mal, dass ihr mal rausfindet. Nein, ich hab' Enderbild angeguckt, nicht gut. Ja, das war auf jeden Fall nicht. Das war nicht so optimal. Das war nicht so optimal. Nicht wirklich. Egal. Äh, wie komm ich da jetzt da hoch? Wo hoch? Ja, da, auf die Brücke da. Die Treppe. Da, wo ich, da, wo ich grad lang bin. Äh, Gandil, wo bist du? Keine Ahnung, du wolltest ja unbedingt weiterlaufen. Chat Show, Chat Show. Lukas, was hältst du von der Treppe? Ist die so in Ordnung? Kann man die so benutzen? Ja. Krass. Akzeptabel. Was? Was denn? Lebst du da immer, lebst du immer noch in deiner Hütte da? In deiner... Pfff, ich hab' ein bisschen expandiert, aber Scherzer sollte eigentlich mein Trichter reparieren, deswegen ist er eigentlich nur hier, aber er scheint gerade mit uns hier rumzuspielen. Kannst du ruhig machen. Also, dann würde ich auch zu euch kommen. Ja. Was die alle bei mir wollen? Ah, Creeper! Zombie. Boah, steig mich vor mich gehen, Mann! Was gehst du vor mich? Bring ihm Lava, das hilft. Ja, das hilft dir auch voll, ne? Da sterb ich ja noch schneller, als wenn du mich mit einem Schwert schlägst. Ja, Junge tut mir leid, aber du warst die ganze Zeit irgendwie vor mir. Ähm, was? Äh... Wie sind deine Koordinaten? Minus 737 und minus 737, das sind unsere Wohnungs-Koordinaten. Was sind die Koordinaten? Minus irgendwas und dann nochmal... Minus 737 und minus 737. Also zweimal ist es minus 737. Kann man sich gut merken. Ja. Dann bin ich fast danach vorbeigelaufen. Hä, wenn's zweimal Minus ist? Alter, wie weit bist du von mir weggelaufen? Geil, cool, ne? Creeper, Zombies, ah, ich sterbe. Creeper, Zombies? Ja, Creeper, Zombies. Höne Mischung, Creeper und Zombies, ne? Ich wusste auch nicht, dass auf einmal Zombies explodieren können, ne? Ja, kann man... kann man auch machen. Das müsstest du dir mal geben, ganz ehrlich. Ja, weißt du, du kommst zu... kommt so ein Zombie auf dich zu, wenn man macht das... Ähm, Jungs, ich muss euch jetzt mal ganz kurz ins Wort fallen, denn unsere Marcel, seine wunderhübsche Folge, ist gerade abgelaufen. Die war heute wieder mal sehr spannend. Gut, meine liebsten Abonnenten, ich sag dann Tschüssi und bis zum nächsten Mal. See ya! Ciao. Ja, ciao. Ganz einfach, ciao. Ja, ciao.